Hey, ich bin soweit. Hi, wie schaust du aus? Wie schaust du aus? Wir wollten ausgehen. Wir wollten lernen. Wo willst du bei Sonnenuntergang um 7 auf Nacht nur lernen? In der 24-Stunden-Bib. Au. Wie der Name schon sagt, hat man in der 24-Stunden-Bibliothek 24 Stunden 7 Tage die Woche lang Zugang zum Lernen, Lesen oder Arbeiten schreiben. Zugang zur 24-Stunden-Bibliothek haben all jene, die sich dafür im Campus-System registrieren. Um diesen Zugang zu bekommen, muss man in seinem Campus-System einsteigen und unter dem Punkt Mein Bibliothekskonto alle Anweisungen befolgen. Wichtig ist, wie bei jedem Bibliotheksbesuch, Jacken und Taschen bei den Spinden unten abzugeben. Persönliche Gegenstände wie Laptops, Handys oder Geldtaschen können in eigenen Taschen mit raufgenommen werden. Abgesehen von diesen Plätzen, wo man ganz in Ruhe sitzen und lernen kann, gibt es auch noch diese Ecke. Hier kann man sich mit Freunden hinsetzen und sich auch leise unterhalten und gemeinsam arbeiten. Tess, was hast du denn überhaupt schon gelesen? Weil, also, da sind vorher verschiedene wichtige Punkte drin. Es geht um Kapitalismus und soziale In-Equalität und so. Hallo, hast du denn überhaupt zu? Wir sehen uns um am Ende. Töten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.